und herzlich willkommen zurück ich bin im start wir sind wieder bei den bos mal wieder angelangt wir haben wieder am wippertal bei totems also wenn ihr euch was gönnen wollt gerne holt euch ein paar totems was könnt ihr mit totems machen er ihr könnt wunderwaffen verbessern und das ist cool wir holen uns natürlich unsere tägliche prämie ab wir haben hier rocket in shiitake belch der ist auch schon langsam auf sechs sterne voll läuft bei mir zusätzlich haben wir noch drei gelten auftrage weil jetzt ist gerade fünf uhr in der früh sonntag bin ein bisschen früher vogel heute im portal habe ich natürlich die kostenlosen web 10 standard sagen ich wäre wahrscheinlich schon längst 20 so viel geld wie ich da in dieses game schon investiert hat ist abnormal macht das nie bitte macht das nie kauft euch lieber eine grafikkarte einen neuen pc davon oder was weiß ich was und wenn ich sage kauft euch damit einen neuen pc meine ich damit nicht irgend so ein aldi grafel oder lidl oder ihr auch immer so um die fünf sechs sieben hundert acht euro ich meine da wirklichen pc von 1600 euro oder sowas könnte mit der reine vielleicht sogar schon in diesem spiel drin stecken bevor mir jetzt alle ein vogel zeigt ich weiß es also da denke ich mir jedes mal auch wenn ich das spiel überhaupt noch mal startet und jedes mal denke ich mir warum spiele überhaupt noch weil ich irgendwann wieder auf diamanten käufe reinkomme war ja weil ja weil ja halt wisst ihr der wisse barone verbessern und dann kommt keine legendäre raus nein es kommt nur eine blöde heroische draus hauste alle diamanten rein kaufst du diamanten und was kommt raus entweder eine legendäre mit nur drei vier fünf sterne anstatt sechs oder vier sterne ja vier sterne statt fünf sterne da aber du haste jede verbesserung rein was nur geht und du kriegst sie so selten also wirklich so selten bekommt man dafür warum ist der chroma kia heute so scheiße bei obs ich habe keine ahnung ich werde das in zukunft wahrscheinlich mal wieder separat aufnehmen müssen es bringt ja nichts war sonst habe ich dieses komische kammer flimmern und dieses kammer flimmern das gibt mir grad voll auf den sack ich warte mal ich gehe mal kurz in den filter rein das muss so sein das ist gehört ja mit der aufnahme ja 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 das bisschen besser und natürlich müssen wir ja etwas machen wir wollten ja boss modus wieder gehen war ohne boss mod geht ja nichts also sehen wir uns direkt im boss mod ja wir sind natürlich in goblin herr zwei wir dürfen hier nur krieger einsetzen das heißt ich nehme augustus mit naja augustus nehme ich noch puh laut dingsbums mit ist wichtig dann bräuchte ich noch irgendwen noch ich nehme mal den damit zur vorsicht und am liebsten würde ich zune mitnehmen allerdings hat zune kein panik und deswegen ich habe keine ahnung nehm ich astrid mit nö nehm ich den damit nö das ist so schwer ich bin einmal durchgekommen ich weiß die sind immun gegen panik also bringt mir der dritte special von zune nix außer als halb tot ach du heilige scheiße jungs und mädels das ist so ein scheiß dieses dieses dieser kapitel echt scheiß knockrock wer cool ich versuche mal einfach nur die dungeon zu bestehen ich habe sie ja schon bestanden weil sonst hätte ich keine zwei sterne allerdings habe ich wie damals schon gesagt überall rune drin gehabt die habe ich für irgendein scheiß event von rot schwarz gold rausgepfeifen um scheiße strafe zu sammeln und naja im endeffekt bin ich runenarmut und jetzt habe ich zwar runenarmut hätte jetzt zwar immer wieder neue runen voll ich habe aber für die kleinen runen jedes mal so viel gold rausgeschmissen dass es mir abgefuckt ist und keine reinen rune mehr sammeln werde ich werde nur noch große rune in die kack helden reinstecken und ich habe sogar in gewissen helden verbesserte legendäre runen die ich auch irgendwann einmal rausschmeißen werde das wird jahrzehnte dauern noch gefühlt oder so so wir haben gott sei dank ein gutes anfang die da ist ja ziemlich gut ist jetzt am anfang werden wir hoffentlich naja daher kein blöser böser 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 türk hier ist im violett also so ein quasi so violetter kack mist heini ist es sehr gut weil ich habe dann nicht wirklich so viel zu verlieren ich heißt ich muss nächste runde schutzschild auffahren ob mir das reichen wird weiß ich nicht das ist ganz eine schwere frage ich habe keine ahnung ich hoffe natürlich es wird reichen so krieger damage et cetera interessiert mich gerade nicht jetzt haben wir noch zwei noob noobs die werden wahrscheinlich mir nicht so viele taten machen wie der rest ah allerdings der chroma kieger spinnt schon wieder das ist nicht gut nein das ist nicht gut leute nein also ich muss schon sagen ich hätte dann lieber doch guten chroma kieger anstand dann ja ich glaube ich wird es nicht zu stören weil ansonsten hat ja blue wandscreen und das wäre kacke weil außerdem nebenbei mein format ist ein bisschen größer geworden jetzt im dann schon bus ich könnte es natürlich auf maximum auch machen allerdings ich bin so voll doppelt aufzunehmen und daran seid ihr schuld daran seid nur ihr schuld würde das ja nicht so anders sein würde ich ja so gerne machen aber wie schon gesagt ich muss dahinter geklemmt werden und dieser verflucht der tippe crazy nach zwei jahren mal hochgepusht werden wisst ihr wisst gar nicht wie oft ich schon überlegt habe einfach einen neuen kanal zu starten wäre wahrscheinlich die klügste und weißeste entscheidung die ich hier treffen würde nun im by the way mal nur gesagt weil was ich mittlerweile in diesen zwei jahren gelernt habe ist jeder zweite kanal läuft besser aus der hauptkanal ich habe zwar einen zweiten kanal aber den führe ich nicht weiter weil ich das absolut sinnlos finde äh für einen vielleicht wenn der sangen auch warum denn es ist halt einfach so leute jungs ich habe zwar geduld ich kann hier 20 jahre meinetwegen youtube machen aber man möchte schon nach so circa nach fünf jahren irgendwann mal vorsehen ich meine ich bin jetzt nicht fünf jahre da aber es geht schon langsam zu der hälfte na das sollte man ja naja so wie schon gesagt wegen denen habe ich der schlüssel aufgemacht dieses mal hat er nicht den special eingesetzt was mich irgendwie wundert ja wir müssen sie natürlich jetzt langsam blatt machen wir haben überall noch schutzschild drauf weil die ausgewichen sind das ist sehr gut das ist nicht mehr so gut aber ich bin guter dinge dass mir wenn ich jetzt ein paar buffs noch raufschmeiße dass mir das ja noch ein paar runden überstehen ähm wir müssen die eh langsam abschnitzeln also hey 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 schnitzeln wir mal ab lech zieht nicht wirklich viel ist nicht so gut aber den machen wir jetzt mal weg nervt mich schon langsam hat Banik ist gut ist gut geht nicht auf Augustus der hat ja selber fast kein Leben so äh Augustus habe ich jetzt komplett außer rach gelassen denn er tut ja eigentlich alle heilen wenn er keinen Schaden frisst natürlich müsste dafür ja auch nicht angegriffen werden so die Frage ist jetzt nächste Runde Heil Energiepackage reinschmeißen ja Energiepackage reinschmeißen ist wichtig wegen diesem verfluchten violetten Zug wäre der nicht da wäre der ist komplett scheißegal aber ich will die verdammten drei Sterne und die Idioten haben so einen Krieger-OPs-Schaden das ist ja abnormal ich das ist wirklich abnormal so äh ich kann hier eigentlich Overlord noch rauf wir haben hier noch ein paar Dungeons und ich werde diesen einen Elixiertrink noch für die letzte Runde brauchen ich hoffe natürlich die Bossgegner werden mich nicht gleich am Anfang wir haben noch ein paar Runden wir sollten da so noch ein bisschen sparen was mit Energietrinken angeht so genau 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 das war knapp und genau deswegen hasse ich diesen verfluchten violetten Zug hätte ich jetzt kein Schitzschild auf wäre ich jetzt im Arsch und ich meine das wirklich ich wäre sowas von im Arsch natürlich kann jetzt auch dieser verfluchte P-Muster Pimmelige in Violett ich weiß er heißt eigentlich jetzt anders aber er könnte mich natürlich jetzt eigentlich aufwerten ich meine der hat nämlich auch einen bösen Special ich hoffe natürlich er setzt ihn nicht ein ach ja kommt das jetzt nochmal Zug wird wahrscheinlich jetzt nicht den Special nochmal einsetzen der hat er schon mal eingesetzt so Erleuchtung ist mal gut Damage ist für den Arsch Junge stirb wir mal Junge stirb gut er heißt hier nichts mal zum Leben so äh ich werde mal spotten ich glaube das ist zwar eine blöde Entscheidung aber ich werde es mal machen so Team Lech okay ja die sind ja immun gegen spotten das ist ja schön ich habe es vergessen P-Muster Pimmelige ist ja immun er darf ja jeden angreifen den er will so ein Scheiß aber ich sag es wirklich so ein Scheiß so ein Scheiß ähm ich hasse dieses Level das dritte ist glaube ich gar nicht mal OPA aber dieses Kack Boss Mode Label geht mir schon seit Monaten auf den Sack weil ich die drei Sterne nicht schaffe ich bin jetzt guter Dinge dass wir es schaffen könnten könnten gesagt könnten halt nicht dass wir es schaffen so äh wir werden den noch ein bisschen angreifen ich hätte am liebsten bitte überlebt den Scheiß noch eine Runde so einmal ist noch Belebung Junge 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 das ist so ein Scheiß äh habe ich nicht gesagt dass es ein Scheiß ist äh ich habe es gesagt es ist ein verdammter Scheiß ich gehe nicht ohne Schild da rein äh Postmod also gegen die Postes muss ich einmal Tev machen ich habe ja dafür unseren König Jorik mit ich hoffe ich hoffe unsere Schilde werden bis dahin reichen oh ach ja die Dev habe ich schon hochgesetzt ups das könnte was werden jetzt ich werde es jetzt sicher versemmeln ich habe aber Gott sei Dank kann ich Freunde einsetzen und ich habe ja noch Diamanten das werden wir jetzt gleich machen werden weil wir werden das sonst eh nicht schaffen so wir brauchen natürlich einen fetten mega starken Kack Level Menschen äh da reicht Zwergy leider nicht aus nö nö der braucht mal was Größeres One Shot zum Beispiel oh yeah One Shot ist auch schon ewig in der FA mhm hat mittlerweile schon einige Gilden hinter sich so wie ich okay ich habe zwei Gilden hinter mir aber ihr könnt gerne meiner Gilde beitreten dem Bein gesagt könnt ihr gerne machen heißt verrückte Vögel nur nicht mehr gesagt da könnt ihr gerne reinspringen da beißt ich euch auch keiner vorerst bis die Gilde voll ist dann beiß ich weil wenn ihr dann keine 210 Kronen jummelt gibt es tote Vogel so äh tote Vogel so ähm ja ähm ja wir werden erstmal einen Freund einsetzen ist wichtig weil ich weiß nicht warum aber ist wichtig wir möchten dafür keine Ahnung wen einsetzen das ist so scheiße ähm ja ich habe wirklich gesagt das ist so scheiße weil es wirklich schon scheiße ist Leute glaubt es mir so ähm ja ich könnte jetzt zweimal totwein wäre vielleicht sogar eine gute Entscheidung totwein geht nämlich das habe ich bei der letzten Versuch vergessen totwein geht immer so äh ja ist gut den muss man erstmal totkloppen gut zu wissen dass ich keine Diamanten habe oder zu wenig ach meine Güte stirb doch du verdammte Huch ähm so jetzt abrüsten bitte stirb oh Gott sei Dank äh der könnte mir jetzt noch gefährlich werden so äh dann schlage ich da mal drauf bitte mach ein bisschen kaputt er wird nicht sterben ich weiß er hat ewig viel Leben so das er hat auch glaube ich immun gegen Panik uff Autsch Gott sei Dank Gott sei Dank lebt er noch heute ich bin angespannt wir werden sowas was verrecken in diesem Spiel so erstmal totwein ich hoffe der Lech zieht ein bisschen mehr ja und zieht ein bisschen ach meine Güte Lord Zoom mach doch bitte ein bisschen mehr Damage nein nicht rasender Zorn bitte auf irgendein voll nein Autsch Gott sei Dank war der abgeschickt so ich glaube wir schaffen es schaut gut aus Leute schaut gut aus wir schaffen diesen verfluchten Bossmodus mit drei Sternen und kloppen ja 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 ist tot ich tot habe ich gesagt oh ja und ich habe sicher übersteuert ich habe so reingeschrieben jetzt ins Mikrofon und das liegt gerade nicht in einer perfekten Position dafür zum reinschreien nein nein aber wir haben drei Sterne Jungs 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 bis zum nächsten Mal euer GP Crazy und nicht vergessen abonnieren liken kommentieren teilen und vor allem teilen 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 ja tschüss tschau und bis zum nächsten Mal ja jau